Der Begriff Diversität stammt ursprünglich aus der Biologie, wo er für Artenreichtum steht. Weniger mit einer biologischen, vielmehr mit einer gesellschaftspolitischen Ausrichtung zeigt sich der Begriff Diversität bzw. Diversity aber auch eng verbunden mit den Antidiskriminierungs- und Gleichberechtigungsbewegungen der 1960er und 70er Jahre. Wollte man das Kernelement dieser Bewegungen zusammenfassen, so ist es die Forderung, dass ein jeder Mensch Wertschätzung erfahren solle, unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, der jeweils vertretenen Weltanschauung, der sexuellen Orientierung oder einer Behinderung. Von diesem Geiste getragen fand der Diversitätsbegriff Eingang in unterschiedliche soziale Kontexte, in unterschiedliche Felder und Bewegungen. Sein semantischer Gehalt variiert dabei, sodass man hier von einem poly- oder multivalenten Begriff sprechen kann. Mit anderen Worten, der Begriff Diversität ist kompatibel mit einer ganzen Reihe von gesellschaftlichen und politischen Bestrebungen, mit Organisations- und Unternehmenszielen oder Forschungsanliegen. Dieser Logik folgend fand der Diversitätsbegriff auch im medizinisch-psychologischen Feld seine Anwendungsmöglichkeit. Es war die australische Soziologin Judy Singer, die in den 90er Jahren den Begriff der Neurodiversität prägte. Singer selbst, wie auch engste Familienmitglieder, bewegten sich auf dem Autismus-Spektrum. Sozusagen als Betroffene vertritt Judy Singer die Position, dass das Gehirn von Autisten nicht viel entwickelt sei. Es arbeite einfach nur anders. Neurodiversität bezieht sich mit Judy Singer auf die Vielfalt der neuronalen Entwicklungsmöglichkeiten in Menschen. Abweichungen von der neurobiologischen Norm gelte es demnach nicht als Störungen, sondern als Variationen vielfältiger Funktionsmöglichkeiten des menschlichen Gehirns anzusehen. Viele Menschen nehmen anders wahr, denken anders und verhalten sich anders. Dies, so die Argumente der Neurodiversitätsbewegung, sind keine Pathologien. Vielmehr bereichern diese jenseits der statistischen Norm liegenden Variationen das Leben und fördern neue Ideen und Kreativität, gerade weil sie anders funktionieren. Erklärtes Ziel ist es, Menschen, die anders ticken, nicht zu pathologisieren, sondern ihnen eine Stimme und Selbstbewusstsein zu geben. Der Ausdruck Neurodiversität wird teilweise auch dem Autisten und Autistenvertreter Jim Sinclair zugeschrieben. Wie auch Singer vertritt er die Ansicht, dass autistische Menschen nicht schlechter oder besser, sondern nur anders funktionieren. Als dritter Name verdient noch Harvey Bloom Erwähnung. Er führte den Begriff Neurodiversität in der Presse ein. Er sagte, neurotypisch zu sein, was für die Mehrheit der Menschen gilt, ist nur ein möglicher Schaltplan des Gehirns. Und an so mancher Stelle, so Bloom, könnte der neurotypische, also der statistisch normale Funktionsmodus, gar der unterlegene sein. Insbesondere, wenn es um den Hightech-Bereich geht, so Bloom. All die genannten Namen sind mit einer weltweiten Bewegung verbunden, die fordert, Autismus nicht als Störung zu betrachten. Diese anfängliche Fokussierung auf Autismus fand sehr bald eine Erweiterung. Neurodiversität propagiert einen neurologischen Pluralismus. Ein Ausdruck, den übrigens die New York Times geprägt hat. Also einen Pluralismus, nach dem Autismus, ADS, ADHS, Dyskalkulie, Ligasthenie, Synästhesie oder auch das Tourette-Syndrom als Variationen der Normalität gelten sollen. Manche Aktivisten gehen noch weiter und beziehen auch psychiatrische Diagnosen mit ein. Das heißt, sie dehnen das Konzept der Neurodiversität auch auf Menschen mit Zwangsstörungen und bipolarer Störung aus. Die Aussage, dass manche Menschen, deren Informationsverarbeitung sich außerhalb der typischen neuronalen Funktionsweise bewegt, einfach nur eine andere Art haben, diese Welt zu verarbeiten und sich in dieser Welt zu verhalten. Wie ist diese Aussage aus moderner, neurowissenschaftlicher und nicht zuletzt auch psychiatrischer Sicht zu bewerten? Der Einsatz für die Rechte und die Teilhabe von Menschen, deren Informationsverarbeitung sich außerhalb eines neurotypischen Funktionsmodus bewegt, war und ist wichtig. Auch kann die Neurowissenschaft sehr wohl bestätigen, dass menschliche Gehirne und die menschliche Informationsverarbeitung eine Vielfalt aufzuweisen hat. Ja, es gibt Menschen, die anders denken, fühlen und handeln, als üblicherweise erwartet wird, ohne dass dies per se als defizitär oder pathologisch deklariert werden sollte. Insbesondere im pädagogischen Bereich ist es geboten, die Lehrenden mit entsprechendem Wissen auszustatten und so ihre Erfassungs- und Normierungsstrategien offen und flexibel zu halten. Zugleich sind wir angehalten, etwas genauer hinzuschauen, um auch mögliche Schattenseiten einer solchen Bewegung nicht zu übersehen. Beginnen wir mit dem Begriff als solchem. Wie so viele Ausdrücke, die sich im Lexikon des aktuellen Zeitgeistes in dicken Lettern niedergeschrieben finden und deren Verwendung inflationär forciert wird, so zeigt sich auch der Diversitätsbegriff normativ sehr aufgeladen. Getragen von einem moralischen Impetus lässt er im Prinzip nur schwer Widerspruch zu. Ein solcher würde sich sofort einer intoleranten oder gar unmoralischen Haltung verdächtig machen. Das löbliche Bestrieben, Minderheiten, egal ob neurologischer oder anderer Art, zu schützen und Sorge dafür zu tragen, dass allen, der einem jeden Menschen zustehende Respekt entgegengebracht wird, ist an vielen Stellen in eine regelrechte Opferkultur übergegangen. Vom Zeitgeist getragene Narrative gerinnen so zu Ideologien. Das heißt, es werden immer mehr gesellschaftliche Gruppierungen generell zu Opfern erklärt. Das Einstehen für diese tatsächlichen oder vermeintlichen Opfer erleben diejenigen, die sich als ihre Anwälte verstehen, als moralischen, als sinnspendenden Akt. Doch wo die eigene Haltung zum moralischen Kompass erhoben wird, fällt es schwer, einen differenzierten Diskurs zuzulassen. Doch genau dieser ist vonnöten, wenn es um die Einordnung der Neurodiversität geht. Ihre Vertreter betonen nun also, dass es sich bei den benannten neurologischen Erscheinungsformen um keine Störungen handelt. Einige Vertreter wenden sich gar gegen jede Form von Therapie, die zum Beispiel darauf abzielen könnte, Autismus zu heilen oder entsprechende Ausgestaltungen des Erlebens und Handelns abzuwandeln. Hier ist Vorsicht geboten. Bleiben wir beim Beispiel des Autismus. Zwar weitet die Neurodiversitätsbewegung den Blick auf den Menschen mit bestimmten neurologischen Funktionsmodi, doch erweist es sich als schier unmöglich, so unterschiedliche Ausprägungsformen, wie sie sich innerhalb des Autismus-Spektrums zeigen, in nur einem einzigen Begriff zu vereinen. Viele Verlaufsvarianten, das ist wichtig zu betonen, sind sehr einschränkend. Die Daten zeigen, dass etwa 50% aller Autisten ein IQ von unter 70 aufweisen. Damit gelten sie als schwer geistig behindert. Das wiederum bedeutet, sie sind häufig ein Leben lang auf Hilfe angewiesen. Bei all der Propagierung der Vielfalt darf nicht vergessen werden, dass hier auch Behinderungen existieren. Diese bedürfen der besonderen Aufmerksamkeit. Viele Ressourcen und gut ausgebildete Fachkräfte sind notwendig, um wirklich eine adäquate Begleitung, Förderung und, wo notwendig, auch Therapie zu gewährleisten. Wer der Vielfalt das Wort redet, aber Behinderungen nicht anzuerkennen gewillt ist, verhindert in vielen Fällen eine auf die Bedürfnisse betroffener Menschen abgestimmte Begleitung und Betreuung. Für die neurologische Vielfalt zu sensibilisieren, ist ein wertvoller Beitrag. Menschen, die sich außerhalb der Norm bewegen, besser zu verstehen und ihnen unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Bedürfnisse Wertschätzung und Beistand entgegenzubringen, sollte für eine aufgeklärte Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein. Und ja, ein bestimmtes psychobiologisches Erscheinungsbild als Störung zu bezeichnen, ist immer eine Gratwanderung. Denn auch das Normalpsychische bewegt sich innerhalb eines Spektrums und ist somit nicht eindeutig zu definieren. Doch sind psychische Störungen deshalb als rein willkürliche Konstrukte anzusehen? Mitnichten. Diagnosen sind natürlich nicht naturgegeben, Doch in ihnen nur einen willkürlichen Akt zu sehen, der zur Stigmatisierung einlädt, ist eine zu einseitige Sichtweise. Dient doch auch eine Diagnose dazu, den Betroffenen Schutz zu gewähren. So betont der Psychiater und Hirnforscher Kai Vogelei, der seit vielen Jahren eine Autismus-Sprechstunde an der Uniklinik Köln leitet, dass mit der Attestierung einer Störung auch das Recht der betroffenen Menschen auf Unterstützung und Therapie anerkannt wird. Ab wann genau von einer Störung zu sprechen ist, so Vogelei weiter, darf und sollte auch diskutiert werden. Trotzdem ist es wichtig, sie zu definieren. Und zwar zum Wohle und zum Schutze der betroffenen Menschen. An einer Störung zu leiden, bedeutet nicht, fehlerbehaftet und schwach zu sein. Die Kunst besteht darin, den Menschen Verständnis, Wertschätzung und Respekt entgegenzubringen. Probleme und Einschränkungen dabei aber nicht zu negieren. So können Autisten sehr wohl von der Besonderheit ihrer Wahrnehmung und ihres Denkens profitieren. Doch das Bild des eigenbrötlerischen, hochbegabten Mathematikers oder Wissenschaftlers bildet nur einen Teil der Realität ab. In dieser finden sich genauso auch Leidensdruck und Hilfsbedürftigkeit. Doch auch wenn das Konzept der Neurodiversität an einigen zentralen Punkten sehr wohl kritisch gesehen werden muss, so ist die ihr zugrunde liegende Intention sehr wohl unterstützenswert. Diese kann mit den Worten der Kognitionswissenschaftlerin Iris Prof. wie folgt zusammengefasst werden. Je weniger Menschen unter ihrer Andersartigkeit zu leiden haben, desto besser.